Steffi, auf wen warten wir hier? Nicht auf das Tier. Das Tier haben wir schon da. Wir warten auf die neue Besitzung. Liebe Zuschauer, die Nuggets-Schmiede Steffi Höck und ich, Frank Sacher, warten jetzt auf das Tier. Das Tier ist ein Nugget, nicht von der Stange. Und eine ganz besondere Kundin, Siri, wartet beim Corona schon ganz lange und kommt jetzt gleich bei Gotti. Siri? Ja. Welchen Knöpfe? Den da. Den da. Okay. Und drauf. Das hilft mir natürlich beim Mopede aufladen immens. Wir sind zu niedrig. Wir sind so niedrig. Ja genau. Siri, wie hat es denn bei uns gefallen? Großartig. Es war Erlebniseinkauf von der ersten Minute. Ich weiß noch sehr, als ich am 12. September hier war. 12. September 2020. 13 Monate, 13 Tage her. Und jetzt ist es endlich soweit. Und jetzt kann ich abfahren. Ihr werdet mich sicherlich nochmal wiedersehen. Okay. Nicht um den einzutauschen, sondern einfach mal, um Hallo zu sagen. Genau. So wie es ausschaut, ist das das schönste Schlusswort, das was wir jetzt gehabt haben. Ja. Na. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann kontaktiert uns bei der Nuggetschmiede.de und dann sagen wir der Nugget halt. Das Tier halt. Das Tier halt. Viel Spaß damit. Dankeschön. Ciao. 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 Ciao.